ja hallo und willkommen zurück 13 holz du hast noch 500 du bist gleich alle du hast auch gleich alle haben wir wieder mehr arbeiter überlegen ob ich noch eine zweite lüftungsanlage baue aber die braucht wieder so viel kohle wie weit ist jetzt ungefähr so habe ich alles abgedeckt sehr gut damit habe ich alles abgedeckt rohstoffe medizinisches irgendwas zusätzlich davon brauche ich nicht heute für den kern mehr sicherheit ja lüftungsanlage ja jetzt erst mal verkoppeln erweiterte heizung als es nachher sehr kalt wird sind schon wieder welche aufgestiegen nein zehn arbeiter die rumpeln kommen die home erst mal hier rein arbeit stellen die arbeiter reinhauen können oder ingeniere okay 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 und wer ist meine soll ich erst mal mit strafgefahren ich weiß gar nicht wo wohin mit den leuten hier haben wir noch ein bisschen vorfälligkeit hier einmal 25 kann mir vorstellen steig unter bindungsgesetz wachposten kann wachposten bauen sicherheitsposten ha ha ein hier kann ich die aufrüsten sei es weil ich mir nachgefangene 22 stunden vor so nicht mein freund ich bin gar nicht weiter raus ich möchte gerne weiter raus zoomen nachts passiert hier nicht allzu viel was habt ihr denn ausstelle okay wartet ich warte mal bis der da ist dann wartet er halt gibt hier auf der ecke nichts mehr ingeniere ich brauche noch ein bisschen stahl naja essen geht länger mit zur neige ne krank drei essensration wird drei nahrung so hilft ja erstmal nichts wir müssen langsam mal zwitschen ist immer noch da müssen wir wieder ein bisschen aufgepuffert haben wildboot ist noch verengt was getroffen ja wien fällt müssen erstmal richtig aufpuffern der winter wird kommen sicherheitsaußenposten kann ich nicht upgraden 19 stunden vorfällig lohnt sich ein dampf habe ich noch gar nicht erforscht das sägewerk ist out of order bauen wir erstmal ab das sägewerk ist auch out of order abbauen können wir die bäume hier oben abbauen nö was war es denn langsam ah dann haben sie was zu tun ein bisschen holz haben wir noch koppelung jetzt ist die sache braucht der kohle das hätten wir den brauchen wir für stahl mit gern noch davon bauen gemische können wir noch zwei hin hier auch noch ein können wir ruhig mal wieder aufsteigen ne kann man das auch viel beschleunigen das wäre interessant können wir irgendwie was machen was die moderale hochtreibt abendgottesdienst bestattung auskämpfe abendkämpfe verringern die unzufriedenheit impfer können verletzt werden kokain pillen um die motivation zu steigern alles nicht so mein meine tension dazu best name ist das hier oben nee nicht rationalisierte gesundheit das will ich nicht bauen generator hüftungsanlage echt hart am überlegen ich muss kohle aufpuffern etwa für drei tage als ich holz brauche oh was hast du renntierherde immerhin da zack abflug dafür habe ich zwei den sägewerk habe ich noch irgendwo ingenieur hier hier noch ein arbeiter reinsetzen gefährlich schädlich aber nicht gefährlich das aufpuffern der winter naht gut genau wie nahrung ich muss nahrung auch aufpuffern dann wird es wieder eine zeit geben wo man wenn wir voll sind dann können wir wieder bessere rationen machen na komm ist auch noch stahl aber wie komme ich da ran gibt es das fortgeschrittene ladestation sammeloptimierung perfekt da werden wir drauf gehen aber wir müssen auch was fürs heizen tun heizkörper hohstoffe hohle meiler brauche ich nicht dampfsägewerk ich auch recht überlegen fortgeschrittener hafen glaubt es fortgeschrittener hafen zu bauen um rohstoff von schiffen abzuladen drei gleich große haufen anzulegen haben wir noch vorfälligkeit 15 stunden waschen stehe lager aufstellen ja nahrung jawollu gut 15 stunden vorfälligkeit schichtbetrieb schichtbetrieb mache wo sind wir so 24 stunden fertig neun stunden wir müssen komm hier keine rein wo haben wir noch sinnfrei mitarbeiter einfach drin hier schließen jetzt erstmal alles am mitarbeiter hier rein was wir haben zu abbauen sehr gut 0 wir müssen sie rausholen evakuiert sie okay was haben wir für auswahlmöglichkeiten unterhalten viele arbeiter werden schmerz verletzt ein teil der verloren wir halten viele arbeiter sterben die unzufrieden nein 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 generator ähm zack brauche rikal ein teil geht verloren drei stunden zwei stunden das könnten wir noch schaffen eine stunde im verzug ähm erklärt die situation sinkt dampfladestation stahl wenn wir noch mitarbeiter über auf abziehen können hier beim holz zack etwa eine stunde wir arbeiten eh 24 stunden keine spur ein beliebter wird vermisst die arbeiter wollen besuchen und greenheit steigt ist egal können wir noch mal irgendwie was reinsetzen ich kann beim kern nichts machen die meter schutz heizen heizkörper kann ich momentan nicht machen die sind wieder auf kurs jetzt den glückwunsch muss glaube ich noch strafgefangene holen so wir müssen die motivation wieder hochtreiben unbeliebte entscheidung hilft nix heizkörper es wird kälter und kälter oh mein gott es geht um die wars zwei stunden vorfällig muss ein bisschen nicht am kern steingewilbe okay forschen steingewilbe bei dem wir bereits waren agarhaus heisenbahnschienen 50 stunden haben sie noch 35 das schaffen die auch so wie viel lange haben wir denn etwa noch vier tage wir switchen hier mal auf holz ja ich möchte ein pflegeheim haben ich möchte es in der nähe von einer wärmequelle haben hier wäre es ideal kann ich nicht ich möchte es immer noch in der nähe von einer wärmequelle haben wo ist dahin die motivation muss einfach hoch wartet ja hier waren wir schon gut okay liege ah wartet mal bis sie abgebaut sind bitte was wir müssen etwas dagegen tun motivation steigt einwohner kapelle ich brauche erstmal holz hm wie geheim kann ich noch Gebete setzen 10 stunden muss Arbeit da ran hier wie wichtiger 13 stunden muss auf fertigstellung 11 stunden vorfällig das ist sehr sehr gut hohstoffe dürfen nicht versiegen jetzt körper erforscht ähm ähm große schicht auf der baustelle arbeitsbedingungen wandung stehen für ein paar stunden nicht zur verfügung oh alter oh wir schaffen es nicht mehr was wollt ihr denn noch zurück äh schockierenden brief geschickt anscheinend den jürgen mordes gesucht einer unserer in den jürgen die polizei möchte ihn befragen ja man behauptet unschuldig was wollen wir tun halten wir ihn hier und gebete oh die baustelle fertig die stunden zehn ja ich kann nicht zehn stunden das wird nichts oh was seid ihr denn für Anschlöcher oh nein nicht berechnet dass sie nachts nicht arbeiten jeder verwendung wandelt 15 arbeit an sträflinge erst mal boah ne das bericht uns gerade echt das genick ne ist tag 35 15 uhr haben wir eine stunde kommen sollten wir schaffen es wird kälter ja ich weiß jetzt müssen wir die heizung anschmeißen ok sind wir noch komfortabel annehmbar erträglich geht an die arbeit hier sind vier stunden drei stunden sollte zu schaffen sein sollte zu schaffen sein eine stunde voll wir switchen auf kohle krankenhaus erforscht sind die wieder schneller einsatzbereit einige leute möchten jetzt ein schiff nach hause fahren wir haben nie zu schön polarforscher zu werden wir wollen nicht diese einöde leben uns ist klar dass wir dafür gefeuert werden in zwei tagen ja einverstanden wenn ihr gerne möchtet eine stunde im verzug jo ich bin wieder im plan der zweite teil bricht an ok einfache geschwindigkeit was brauchen wir thermohülle was 10 steigermische 25 dampftauscher 10 105 bauen habe nicht genug stahl jetzt habe ich erst mal das ende der giftgefahr oh geil können wir dich ausschalten geile nummer chaos entsteht da der letzte herze vergestellt ist ist das projekt auf bestem wege abgeschlossen zu werden gut gemacht ich werde nicht versagen bin eine stunde im verzug okay hier gibt es animierend ähm stahlgemische fünf stück müssen wir noch bauen wir hauen ja wir machen das so ich sage jetzt einfach mal so wir machen jetzt hier in der nächsten folge weiter bis dahin tschau